Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cyboldsoft. Weiter geht's mit unserer Serie Cyboldsoft Basics. Jetzt kommt erstmal hier so eine Anmeldemaske, da müssen wir unser Kennwort eingeben, das mache ich jetzt. Und nun wird Microsoft hier langsam misstrauisch, weil wir uns lange nicht angemeldet haben, nehme ich mal an. Und jetzt wollen sie uns hier einen Code zuschicken. Und diesen Code können wir entweder an unser Mobiltelefon schicken lassen oder wir können das Ganze hier an unsere alternative E-Mail-Adresse schicken lassen, die wir ganz am Anfang der Videoreihe mit als alternative E-Mail-Adresse angegeben haben. In dem Punkt hier ist es auch noch möglich, das Ganze zu überspringen, das mache ich jetzt. Denn wir wollen ja einfach mal nach Designs suchen. Und da suchen wir uns hier mal was Hübsches raus, zum Beispiel hier das mit dem schönen Quarkfrosch. Das sieht ganz lustig aus. Klicken wir das an und gehen hier auf der rechten Seite mit der linken Maustaste einfach auf Herunterladen. Das war es jetzt schon. Wie wir sehen, hat das Ganze hier funktioniert, die Installation. Und jetzt müssen wir das Design nur noch anwählen. Dazu mache ich den Store hier wieder zu. Und jetzt haben wir das Design schon hier mit 16 verschiedenen Hintergrundbildern. Jetzt klicken wir das Ganze einfach an. Und schon ist hier unser Hintergrundbild definiert und wir haben unser Design hier geändert. Schauen wir uns hier mal den Punkt Schriftarten noch an. Und das sind alle Schriftarten installiert, die momentan bei uns verfügbar sind. Wir können uns auch noch weitere Schriftarten hier installieren, aber das Ganze wird etwas zu weit in die Weite führen. Diese Schriftarten hier, die können wir zum Beispiel verwenden, wenn wir einen Brief schreiben mit Word beispielsweise oder mit einem anderen Programm. Hier unten wird es nochmal interessant über den Punkt Start. Da sehen wir alles, was zum Stoppenü noch einstellbar ist. Zum Beispiel hier, dass wir mehr Kacheln im Stoppenü anzeigen können. Wenn ich das mal auf Ein mache, dann sehen wir hier, wir haben einfach noch ein bisschen mehr Platz. Wir können also hier noch mehr im Stoppenü anzeigen. Ich mache das mal wieder auf Aus. Jetzt haben wir hier noch den Punkt App-Liste im Stoppenü anzeigen. Das ist unsere Programmliste. Ich mache das Ganze hier mal aus und wir schauen uns das mal an, wie das jetzt aussieht. Da wird das Startmenü hier schon sehr schmal und wir sehen keine Übersicht mehr unserer Programme. Das finde ich sehr schlecht, deswegen schalte ich das Ganze hier wieder an. Und wir kommen direkt zum nächsten Punkt. Das ist hier zuletzt hinzugefügte Apps anzeigen. Das ist das, was ich vorhin gezeigt hatte, dass die Apps, die zuletzt hinzugefügt wurden, angezeigt werden. Das können wir aber hier auch entsprechend ausstellen. Genauso verhält es sich mit den meistverwendeten Apps. Das hatten wir ja hier meistverwendet und wenn wir das mal auf Ausstellen, dann ist das Ganze hier verschwunden. Ich mache das bei mir jetzt wieder auf An. Hier haben wir noch den Punkt Startmenü im Vollbildmodus anzeigen. Das ist so ähnlich wie der Tablet-Modus. Das können wir hier einschalten. Und jetzt wird das Startmenü ähnlich, wie das bei Windows 8 war, im Vollbildmodus angezeigt. Das Ganze finde ich sehr unpraktisch, deswegen mache ich das Ganze bei mir wieder aus. Als letzten Punkt hier im Bereich Start haben wir noch zuletzt geöffnete Elemente in Sprunglisten im Startmenü oder auf der Taskleiste und im Datei-Explorer Zugriff anzeigen. Was sind Sprunglisten überhaupt? Nun, Sprunglisten, die erreichen wir, indem wir mit der rechten Maustaste beispielsweise hier unten im Startmenü auf den Windows Explorer klicken. Da haben wir hier die sogenannten Sprunglisten. Das bedeutet, wir können hier über einen Rechtsklick relativ schnell zum Beispiel auf den Desktop oder den Download-Ordner zugreifen. Und je nachdem, was wir jetzt hier ausgewählt haben, wird das entweder richtig voll angezeigt oder eben nicht. Ich mache das Ganze mal auf Aus und schon sieht das hier nur noch so aus. Jetzt mache ich es wieder auf An und wir sehen nochmal hier den Unterschied. Und wir schauen uns mal den Punkt Taskleiste an. In der Taskleiste haben wir jetzt noch viele Sachen, die wir einstellen können. Zum einen hier Taskleiste fixieren. Ich mache das jetzt hier mal aus. Da sieht man im Grunde genommen keinen großen Unterschied. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir hier, wenn der Punkt ausgeschaltet ist, bei Taskleiste fixieren, dass wir hier die Taskleiste zum Beispiel vergrößern können und verkleinern können. Ganz einfach, indem wir mit der Maus hier oben auf den oberen Bereich der Taskleiste gehen, jetzt die linke Maustaste gedrückt halten und das Ganze einfach nach oben wegschieben. Wenn der Punkt Taskleiste fixieren auf eingeschaltet ist, dann funktioniert das hier nicht mehr. Dann ist die Taskleiste so festgesetzt und dann können wir hier keine Änderungen mehr vornehmen. Taskleiste im Desktop-Modus automatisch ausblenden, das ist manchmal eine praktische Sache, wenn wir mehr Platz auf dem Desktop oder mehr Sichtfeld auf dem Desktop brauchen. Wenn wir das auf Ein machen, dann wird hier die Taskleiste nur angezeigt, wenn wir mit der Maus in den unteren Bildschirmbereich hingehen. Das war es jetzt erstmal hier zu diesem Teil des Videos. Weiter geht es nächste Woche im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Cyborg Soft Basics. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video doch bitte einen Like oder unseren Kanal ein Abo. Beachte doch bitte unsere rechtlichen Hinweise, dass alles, was in diesen Videos hier passiert, auf eigene Gefahr geschieht. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag gibt es hier auf unserem Kanal ein neues Video rund um die Welt der IT.